Liebe Ofenfreunde, ganz interessantes Thema bzw. Frage, was die braunen Flecken am Schornstein betrifft. Das ist ein wirklich spannendes, hört sich erstmal banal an, aber spannendes Thema, weil die Leute natürlich davon wirklich betroffen sind. Erstmal, was ist das überhaupt, diese braunen Flecken, schwarzen Flecken, gelben Flecken, das ist alles natürlich ein bisschen farbig dann. Das Problem ist tatsächlich, das nennt sich Versottung, wobei Versottung eigentlich nicht wirklich definiert ist. Ich weiß gar nicht, wo dieser Begriff herkommt, aber er ist da. Jeder weiß auch irgendwo, was damit gemeint ist, also verwendet man ihn. Versottung ist ein Zustand, wo ein Schornstein bzw. ein Stein, gehen wir mal runter auf die Elemente, aus denen der Schornstein besteht, nämlich der Stein, keine Möglichkeit mehr hat, Wasser aufzunehmen, weil er von Säure zersetzt wurde und auch kein Wasser mehr ableiten kann, weder nach innen noch nach außen bzw. dann eben durch die Säuren so zersetzt wird, dass Wasser direkt durch den Stein durchdringen kann, durch Fugen durchdringen kann. Und da wir alle wissen, dass das kein wirkliches Wasser ist, sondern schwarze, braune Brühe, sind das dann genau diese Erscheinungen. Und die können wandern im Wesentlichen. Das heißt, es fängt meistens oben im Mündungsbereich an, liegt daran, dass wir da natürlich meistens die Taubpunktunterschreitung haben, und zwar unabhängig davon, welcher Brennstoff das ist. Das ist eher eine Nutzungsgeschichte, Länge des Schornsteins, Witterungsbedingungen und so weiter. Und die führen dann in aller Regel dazu, dass der Schornstein oben im Dachbereich braune Stockflecken ansetzt und dann noch nach unten wandern, wenn man das nicht verhindert oder unterbindet. Und unterbinden kann man das eigentlich aus meiner Sicht, da gibt es jetzt unterschiedliche Wahrnehmungen oder Herangehensweisen, nur wirklich sinnvoll, indem man den Schornstein saniert. Also ein Edelstahlrohr, ein Tonrohr oder ähnliches Glas verwendet man nicht mehr, einzieht. Dann bitte auch ohne Schüttung, auf jeden Fall, weil der Schornstein muss natürlich atmen können. Das heißt, es muss natürlich auch eine gewisse Trocknung entstehen. Und, das sage ich auch immer zu den Schornsteinfegern, eine Dämmung um den Schornstein herum ist aus physikalischen Gründen ebenfalls kontraproduktiv, weil der Schornstein ja schon keine Nässe mehr wirklich aufnehmen kann und sie nach außen ableitet, hat man das Problem, dass dann die Dämmung auch ebenfalls nass wird, Schaden nimmt und eine Dämmwirkung eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das kann man machen, eine Dämmung im Dachbereich kann man machen als Prophylaxe-Maßnahme, weil dann eben die Auskühlung geringer ist. Wenn aber das Kind bereits im Brunnen gefallen ist, dann sollte man das tunlichste unterlassen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das gilt im Übrigen auch für Dämmmaßnahmen im Schornstein, auch das gibt es. Die führen am Ende genau zu dem gleichen Thema, nämlich die Versottung wird in der Regel schlimmer. Was auch häufig mittlerweile aus gewissen, ich kann nur urteilen, Unwissenheit. Das ist nicht böse gemeint. Das ist vor allen Dingen bei der Kundschaft dann so oder auch bei den Schornsteinfegern. Da kann ich einen schönen Fall aus Hamburg zitieren oder darlegen, wo das eben auch so war, dass der Schornstein dann die Nässe bis in das Rauchrohr zurück in den Ofen gelaufen ist. Das lag daran, dass oben eine Abdeckhaube drauf war und die Abdeckhaube zwar vor Witterung schützt, aber eben nicht dafür geeignet ist, quasi Kondenswasserbildung zu verhindern. Ganz im Gegenteil, bei vielen Systemen, bei vielen Schornsteinen entstehen da richtige Tropfsteinhüllen. Das heißt, die Rauchgase schlagen von unten an die Haube an, die ist kalt, wird auch dauerhaft kalt bleiben da oben im Wind und sorgt dafür, dass dann eben Wasser sich bildet und in den Schornstein reintropft. Und das kann über die Dauer dann auch wirklich viel Wasser werden. Und das hat man dann aber meistens in dem unteren Bereich. Ja, also das ist gar nicht mehr im oberen Drittel, das ist dann schon zweites Drittel, wenn es richtig blöde läuft, auch unten in der Sohle. Das heißt, diese Erscheinung kann man dann eigentlich relativ schnell identifizieren und abstellen, indem man die Abdeckhaube, was auch immer da oben drauf ist, entfernt. Das ist dann die einzige wirkliche Lösung und dann kann der Schornstein auch wieder austrocknen und eine Sanierung ist dann auch nicht erforderlich. Wichtig bei Versottungsschäden ist eine schnelle Reaktion. Allerdings eben auch, und das möchte ich jetzt an der Stelle auch nochmal erwähnen, Thema Pelletofen, da wird die Versottung quasi unterstellt. Und die wird natürlich berechnet im Sinne von, also eine Querschnittsberechnung, die 13384 weist dann im Wesentlichen eine Taupunktschirn-Unterschreitung aus und es wird unterstellt, dass der Schornstein versotten wird. Das ist in der Praxis nicht, beziehungsweise in aller Regel nicht der Fall. Das liegt einfach auch daran, dass der Brennstoffpellet einfach schon mal an sich einen sehr, sehr geringen Wasseranteil hat und das, was da oben dran ist, rauskommt, wirklich Staub ist. Das ist nicht mehr als Staub. Und am Ende kann Staub nicht kondensieren, das ist klar. Und die Temperaturen sind auch nicht so gering, wie man das annimmt. Sie sind vielleicht hier und da geringer als beim Kaminofen, aber wir haben natürlich durch die Druckgebläse ganz andere Ströme im Schornstein. Das heißt, die Rauchgase steigen viel schneller auf und verlieren viel weniger Energie, beziehungsweise eben Temperatur. Dadurch kommt es dann eben auch in der Regel kaum zu Versottungsschäden. Und ich möchte da vor allen Dingen jetzt noch mal so an die Marktteilnehmer appellieren, wenn wir einen Pelletofen berechnen, berechnen wir etwas, was es in der DIN 13384 so erstmal gar nicht wirklich gibt. Und haben natürlich immer ein bisschen das Problem, dass die Werte, die wir dort eingeben, nicht mehr kohärent sind. Das passt halt einfach nicht mehr zusammen. Und ich habe das Problem, häufig das Problem, dass dann Dinge da rauskommen, die in der Realität einfach nicht da sind. Und ich würde einfach nur mal so eine Brücke bauen. Wir haben früher Ölkessel, also atmosphärische Kessel, an normale Schornsteine angeschlossen, unverrohrt. Ich sage es jetzt übertrieben, da ist ein Wasserfall runtergelaufen. Das hat keinen Menschen interessiert. Und heutzutage, also da kann ich, ich stand selber schon knietief im Wasser, wenn ich Schornsteine geöffnet habe. Da ist Wasser wie ein Wasserfall, das ist nicht übertrieben, aus dem Schornstein rausgekommen. Da hat es geplubbert, wenn der Kessel angelaufen ist. Das ist kein Witz, das ist so gelaufen. Das heißt, wir haben dort massiv Probleme mit Wasserbildung gehabt. Liegt auch im Brennstofföl mit der hohen Wasserbindung. Aber liegt eben auch daran, dass da keiner wirklich genau hingeguckt hat. Und heutzutage wird dann eben unterstellt, dass der Brennstoffpellet, der maximal 8% Wasserbindung haben darf, wenn er ausgeliefert wird, zu massiven Versorgungsschäden führt. Das ist in der Praxis nicht ableitbar. Dass es Fälle gibt, wo das so ist, ist keine Frage. Die gibt es immer, die Ausnahmen. Aber die Regel ist es halt nicht. Ich habe selber, oder wir haben selber vor einigen Jahren aufgrund dieser Thematik mehrere Schornsteine messen lassen auf Taupunktunterschreitung. Und da waren eben auch wirklich hohe Schornsteine dabei, wo hohe Temperaturverluste dabei sind. Und es gab niemals eine Taupunktunterschreitung in der Realität. Also das muss man einfach mal auch erwähnen, weil da ist viel Interpretation der Zahlen dabei, aber wenig praktischer Bezug. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man auch aufgrund der fehlenden Normierung, Gesetzmäßigkeiten, immer noch was Pelletöfen angeht, dass man da an der Stelle einfach ein bisschen Praxisbezug walten lässt und viele Dinge dann nicht durchwinkt, aber eben mal aus einer Brille betrachtet, was ist denn wirklich. Ansonsten ist Versottung natürlich etwas, was sich über einen sehr langen Zeitraum ankündigt. Es ist also nichts, bei den Schornsteine-Fägern, die bei uns jetzt hier so in der Region sind, auch nichts mehr, wo wir irgendwie Probleme haben. Selbst wenn eine Berechnung eine Taupunktunterschreitung ausweist, wird der Schornstein in der Regel, oder die Feuerstätte in der Regel freigegeben, weil man ja weiß, die Versottungsschäden sind zwar nicht ungefährlich im eigentlichen Sinne, wenn es passiert ist, weil dann eben auch Fußbildung und Glanzfußbildung etc. da eine Rolle spielen kann. Aber es ist ein Prozess. Es ist nicht einfach da, sondern es dauert eine Weile. Und wenn ich das regelmäßig kontrolliere, das ist auch die Aufgabe des Schornsteinfegers, da irgendwo mal drauf zu achten, wenn die Zeit nicht da ist, kann man auch dem Kunden sagen, ja, ich nehme dir das ab, aber du guckst jetzt bitte jedes Jahr mal in das Rohr rein, fester mal an, ob das nass ist, guckst dir das mal an und dann redet man drüber, dann ist das auch eine vernünftige Herangehensweise. Klar kann man hingehen und kann alles Mögliche verlangen, was irgendwo in irgendwelchen Büchern steht, aber wie gesagt, ich komme natürlich auch noch aus der Zeit, wir haben mit einem einfachen Ofenrohr aus der Wand, haben wir einen Kaminofen betrieben. Das war damals kein Problem. Deswegen bin ich jetzt nicht der Paragrafenreiter, sondern habe einfach den praktischen Bezug und weiß, eine Versottung ist nichts, was einfach so passiert, sondern das kündigt sich über einen sehr langen Zeitraum an und dann muss man halt einfach als Eigentümer und auch als Schornsteinfeger sorgsam mit der Sache umgehen, das ist keine Frage, aber man muss es eben auch nicht übertreiben. Und das ist jetzt mal so die Thematik Versottung, hoffentlich auch alle umfassend und wenn es Fragen gibt, dann schreibt die wie immer in die Kommentare. Ihr könnt auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwelche Schäden habt. Dann gucken wir uns das natürlich auch an und geben euch Hinweise, was ihr verändern könnt, um dieses Problem zu lösen. In dem Sinne, alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Bis dann.